ja die leute an der stadt sie ist das doch die schlacht beginnt hier wir sind wieder hier in der sieges auf die seite sie nicht so dass er natürlich hier wieder zählen baller euro er hätte mich abräumen er hat die Runde spiele ich wieder auf die Fähigkeiten weil letzte Runde festgestellt das Equipment was ich in der ersten Runde gespielt habe hat mir einfach besser gefallen darum habe ich mir gedacht spiele ich doch einfach gleich nochmal genauso und die Wälder schon die Gäste auch in Europa ja das Problem ist Illidan ja lauf den bin ich im Kommen jetzt auch Illidan gekillt die Gäste in die dann auch noch gewählte und jetzt ist auch ein Geräter im Driftelkill die Runde begonnen Leute Mark Gell da kommt wieder der Erste Kälter sind Adel wenn sie mir gewonnen werden Da soll doch mal jemand sagen, wir sind nicht gut heute. Oder jemand sagen, dass wir nicht gut sind. Ja, also heute sind wir schon echt in Top-Bomb, muss man schon sagen. Nur Siege und wir gehen richtig ab, wenn wir uns siegen, aber ich bin Lowlife, letztlich jetzt mal gehen. Aber die Tower haben keine Munition mehr. Oh, warte, jetzt gehe ich, jetzt gehe ich. Ich gehe auch. Aber ich kann mir kein Wasser holen, das heißt, ich muss ganz zurück. Ich glaube, ich gehe mal da. Water. No water for me. So, ich gehe mal in der Mitte Illidan helfen. Ja, er macht das. Ja, Illidan ist gleich gestorben. Aber ich habe den anderen Illidan auch noch. Bringt einen aufs Haus! Jetzt sind wir sogar gestorben. Erstmal saufen gehen. Ich gehe mal Zagafa verstärken. Ich bringe Pantamonio! Gut, wie geht das jetzt? Alter, wir haben so eine Killing-Streak, Alter. Ich schreibe es auf alle. Langsam ist es echt nicht mehr normal. Ich hole mir Silvana. Oh nein, hier ist Illidan. Den hole ich mir lieber zuerst. vicinity eine Unter木. Dann sind wir hier zuerst. Der Zilvoners. Oh fuck. Das war das. Oh, das ist knapp. Ja. Und dann sind wir schon mal auf die Tür. Und dann sind wir auch auf die Tür... Aber wenn du auch auf das... Da wird einfach so gefickt, Alter, von uns. Wenn ich den Gänsel von 3 Mann reinspringt, ist aber auch selber schuld. Oh oh, ich muss jetzt mal wieder zurück. Jetzt sind ihre Feinde nieder. Seid keine Gnade. Das bleibt ganz aber so ein Schüsstürmel, Alter. Der kann nicht mehr raus. Ja, recht hat er. Das sieht ja was mit allen anderen, wann wir nicht rauslaufen. Nach Dauertur. Mal wieder ein Talent, Alter, wie wir leveln. Das ist aber gut. Das wäre Zeit für ein Boy. Wer braucht ein Boy? Ich. In dein Bauch, oder? Braut du Hilfe? Nee, gerade nicht. Okay, jetzt sind es zwei Helden. Ich habe Indy da nochmal einen Schuss gegeben, der wird nicht mehr kommen. Doch, er rennt jetzt gar hinterher. Mann, ist der behindert. Der war schon 20 und wählender Typ, der ist. Okay, ich helfe dir. I need some help. No, 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 no. Oh, die war sa... Oh. Das ist bitter. Was ist das? Ja, ich war halt Solo gegen 2, das ist mies. Mann. Vor allem Indy da, der hat mich halt eingestellt. Der Spacker. Der wird abgebende Wix. Ah, ich habe schon wieder eine 8 zu 1. Oh, shit. Oh, fuck. Indy da. Scheiß. Kälteres. Oh, da gibt es jetzt 2, 20 Dinge ab. Ja. Oh, ich dachte, du bist ein Gegner gerade, ey. Schöne Fähigkeit auf dich. Ich wollte ja. Jetzt lieber werden über euch herfallen. Oh, sehr gern. Ich schreibe auf eure Rechnung. An Sivanas. Alter, ey, das ist der, der fuckt mich so ab. Der fuckt mich so ab, der Typ. Der ist gegen Walla, halt die stärkste, was es irgendwie gibt, weil... Ich habe keine Chance mit Walla gegen den. Weil da bringe ich meinen Speedbonus nix und ich habe als Walla quasi kein Leben. Wir haben uns gerade überlevelt übrigens. Vielleicht sollte ich jetzt mal wieder bisschen mehr aufpassen. Oh. Oh. Oh, ey, der das liegt da gerade. Nee. Kälteres fuckt mich grad mega ab. Ja, der kälteres fisk. Oh. Oh, schiiiie. Oh. Oh. für ein ganz komisches Spiel gerade er ist es mal nicht verloren wir müssen ja wenn du vertragst wohl nicht zu viel Elitans oh shit ich krieg Hilfe gebrochen mit runter ich komm schon ich komm schon es wäre zwei Level über uns ist ziemlich okay er hat sich schon genau für wen abgeben das ist auch was scherz das ist meine macht würdig stehlt uns mit schlupf und mit ihm hm 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 Kälter ist der fackt so ab. Ja okay das töte mich jetzt glaube ich wieder. Ich bin wieder fast tot. Bin die ganze Zeit solo gegen Kälter ist da ich einfach keine Chance. Aus Erfahrung voll schnacken. Au. Oh die Spinne mal töten. Die Stunde der Spinne endet. Ich schreibs auf eure. Wähle ein Talent. Zerstört ihre Konstrukte. Wir haben sie wieder eingeholt vom Level her. Jetzt nicht mehr. Ich hab einfach 16 Diamant, äh 16 Edelsteine bei mir. Ich hatte 23. Dann hab ich gekillt. Ich hab einen gekillt. Aber sie haben mich auch. Weil sie einfach zu dritt waren. Aber schon den macht ihr weg. Der auch 25 schon wieder. So. Schaffen sie nicht. Schaffen sie nicht, oder? Stütz durch den Kopf. Ja der auch, come on. Sehr gern. Helft uns in der Binde. Go here Anup. Er ist Anup. Anup Barak. Anup Barak. Anup Barak. Wie wärs wenn wir den Boss holen? Jo. Lasst uns dieses Söldnerlager einnehmen. Söldner. Ja Elida, greif alleine an. Das ist schlau von dir. Nice. Er stirbt jetzt. Ja. Oh jetzt kommen die Gegner. Ah! Guck! Ah, geht das was tun? Yeah! Nice! Boah, mehr Lack als sonst das! Oh ne mindre mehr Lack als sonst das! Aber der Red ist aber auch noch weg! Der vape noch. Ja, das ist auf jeden Fall. Töte. Jawoll. Komm, jeder. Töte sie. Töte sie. Jawoll. Töte sie. Töte sie. Ja. Ja. Und unser Boss ist währenddessen kein Durchmarsch. Wir sollten dieses Sorgnerlager einnehmen. Ja, der Weg ist genauer. Nehmen wir dieses Sorgnerlager ein. Ja, der Weg ist genauer. Hm. Oder geht es hier? Bringt einen Tausch aus! Oh Mann, Kälter ist von hinten. Die packt so ab. Wieder drei Stück hinter mir. Ich hab's überlebt, Alter. Sorgnerlager. Töte sie. Aber die machen jetzt auch uns davor. Ja, das ist so spannend noch. Ja. Müssen wir jetzt als Team agieren. Ach, Klingel bekommen wahrscheinlich gleich Besuch von hinten. Ja, da kommen sie. Ja, da kommen sie. Ja, da kommen sie. nein oder jetzt darf ich da nix machen werden die alle tot sein sonst bin ich auch tot dann kommst du ja vor Illidanin kommt man einfach nicht aber jetzt muss ich hier weg ich könnte das Ding helfen mit einer Armee von Massalen Arthas kommt unten die anderen beiden gehen mit toll wie viel hat der noch? das sind zwei ok kann ich vergessen und Illidan ja der Weg ist genau richtig ich schreibe es auf eure Seite oh da links ich war jetzt ein bisschen spät ich war jetzt ein bisschen spät da ist noch einer und noch einer ich schreibe es auf eure Rechnung ich schreibe es auf eure Rechnung ich bringe Pandamonium 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 Yes, Elthas weg. Illidan, was ist Illidan noch mit? Unser Illidan gewinnt, glaube ich. Gewinnt der auch noch gegen Arthas? Nein. War gar nicht Arthas, Arthas ist oben. Gut, der macht nicht Arthas. Ich helf dir. Der ist zu stark ist. Naja, so stark. Würde ich den jetzt nicht bezeichnen. Siehst ja, wie schnell ich heil, ne? Boss. Erstmal gebe ich ab. Aber jetzt. Ich habe den Schuss. Der ist da weglaufen. Ja, wer ist da? Jetzt, wie viele Attacken, die auf einmal auf mich gesetzt hat. Ja. Lass aufgehen. Ja, du knappe Sache. Hier, Zagara, tot. Gegnerisches. Okay, oben sind da welche. Ja. Können Hilfe bohren. Ja, ja. Ja, ja. Kommen. Das ist geil, weil ich kann mich auch verlassen wollen. Jetzt herr, roll. Jetzt im Endgame ist halt jeder Kill extrem viel wert. Am Anfang nicht so, aber jetzt Endgame ist jeder Kill richtig viel wert. Hallo, Fudor, willkommen in der Aufnahme. Hi. Fudor, zu Gast, oder? Ja. Fudor, du musst jetzt miterleben, wie wir schon wieder den dritten Sieg in Folge hier erzählen. Sechst. Ja, stimmt. Wenn man die gestern mitzählt, den sechsten Sieg in Folge. Ja, ihr könnt halt mal was. Nicht oft, aber ab und zu könnt ihr mal was. Ja, es ist der nächste Kill. Okay, den mit dem Power weg. Also, Indie down. Indie down. Indie down. Cheers. Der ist auch tot. So, ich glaube, jetzt ist das ganze gegnerische Team tot, oder? Nee, einer nehmt. Nee. Ich kann ja mal singen, wie ich da wollte. Ja, mach das. Zagara, 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 zagara. Ah, nein, sie haben mich wieder mit mir scheiß Ding geschnackt. Okay, wir müssen, glaube ich, zurück. Okay, 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 weg. Abgeben, würde ich sagen. Spiele denn gerade? Das reicht schon. Spiele wirst du die Storm. Ah. Alter, könnt ihr hier damit mal aufhören? Ich glaube, er weckt es auf, wenn ihr immer ihre Ulti auf mich wirft, und ich mich nicht mehr wehren kann. Aber ich sterb nicht, das ist auch schon mal was. Jo. Das ist das Wichtigste. Ich geh jetzt mal ab, Spotpushen. Das ist halt erstmal noch ein bisschen, Spotpushen, eigentlich, bevor wir durchrapen. Fuck, Indie down. Gut gemacht. Soll ich dir helfen? Ja, ich komme. Ne, ne, ich komme bei euch mit. Ich glaube, ihr braucht gerade mehr Hilfe. Was tust du da? Ich komme. Okay, lasst dich einfangen. Ich lebe hier mal zagaras live. Oh, fuck. Dieser Scheiß. Kältest, ne? Okay, mal aufhören, zu nerven mir hier. Oh, fuck. Ich bin tot. Oh, ich muss reden. Kältest. Kältest ist einfach richtig mies. Ja, der hat mich mit der lebenden Bombe getötet. Die wurde ich jetzt auch noch ziemlich gut erwischt. Ja. Die ist halt auch ziemlich mad. Ja. Boss kommt in 50 Sekunden wieder. Oder stellt euch meinen Zaun. Gewinnen wir es wieder mit Boss, würde ich sagen. Die heißt so viel wie er ist dabei, denke ich. Okay, Anu ist dabei, Zaga ist dabei. Bleibt auch einfach mal in K. Oder so. Damit dir Bescheid wissen, dass du auch willst, was damit gemeint ist. Ja, auf jeden Fall zu viert oben auf Boss. Das passt dann. Wenni. Die Gegner sind gerade alle unten und die töten jetzt wahrscheinlich... Ding, aber... Komm schon, hol den weg, hol den weg, hol den weg. Danach müssen wir uns sofort zurückgepähen, weil die gehen auf Zitadelle. Ich hab nicht mal wirklich Leben verloren, Alter. Ich bin geil. Ich überleben die nicht. Wie lange gehen die Runde noch, glaube ich? Nicht mehr lang. Nicht mehr lang. So, Double Kill. Unaufhaltbar. Oh, da kommt ein Riesenwassergang. Ich sollte mal hier aussehen. Ja, wir haben die scheiße mir gerade aus. Fallen wir es jetzt auch zum Leveln noch schön. Dann müssen wir auch Jahr über denen bleiben. Legen wir los. Ja. Dann können wir mal ein Ding abgeben. Oh, der webt die Zitadelle. Wir haben gewonnen. Das Abenteuer erwartet. Ja, wir gewinnen schon wieder ohne. Das ist immer so. Hammer, geil. Leute, ich will nicht wissen, ich will nachzutunen, glaube ich, nur, indem ich den Boss dahin trinke. Ich will selber nichts mehr tun. Ist so. Es ist so oft so, dass du einfach diesen Boss holst, dann dich selber verteidigst, und dann gewinnst, weil der Boss einfach die gegnerische Zitadelle zerfetzt. Es ist so geil. Hammer, geil, Wunder, Leute. Ja, ja, richtig geil. Und auch wieder 830 Münzen gemacht, wegen tägliche Quests, und Heldenstufe 5 jetzt auf Waller. Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine sehr schöne Sache, dass ich Waller jetzt auf 5 oben habe. Das waren mal drei coole Runden Chevaler-Konstellationen. Beim nächsten Mal, denke ich, wechseln wir mal wieder durch, damit ihr ein bisschen Abwechslung habt. Ja. Vor allem, von denen habt ihr jetzt wahrscheinlich genug. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Servus und ciao. Ciao. Ciao.